Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Kinder, wir sind da in Cronwall. Juhu, endlich! Kinder, ihr steigt jetzt aus und wartet am Babypool. Mama und ich kommen gleich mit den Koffern und Bob nach. Und Ella, du passt zu lange auf deine Geschwister auf. Ja, machen wir, Papa. Dann raus mit euch. Kommt ihr bitte mit? Ja, wir kommen! Pauli, steigst du aus und holst Bob und nimmst dein Koffer. Ich nehme den Rest. Ja, mache ich, Schatz. Komm, Bobby, wir sind da. Wir holen die zwei Koffer und gehen dann zu deinen Geschwistern. Ach Mist, wie soll ich die ganzen Koffer denn getragen bekommen? Paula, kannst du mir helfen, die Koffer zu tragen? Ja, ich komme, Jens. Alle Koffer sind da. Geschafft. Ella, du passt auf deine Geschwister und auf das Gepäck auf. Papa und ich gehen zur Rezeption uns anmelden. Ja, Mami, mache ich. Super, Ella. Komm, Schatz. Wir gehen zur Rezeption. Hallo, wir sind die Familie Schmuckkappchen. Wir haben eine Rezeption für die Bungalos für drei Wochen. Hallo, willkommen zu der Playmore Beach Hotel. Hier sind deine Koffer. Danke. So, wir haben alles. Ella, Luna, Marlene, ihr geht mit Papa in ein Bungalow und ich gehe in ein Bungalow mit den Kleinen. Ist das in Ordnung für euch? Ja, ist in Ordnung, Mama. Super, dann nehmen wir unsere Koffer und wir nennen unsere Bungalows. Papa, darf ich die Zimmerkarte reinstecken? Klar, Luna. Hier, bitte. Türe ist auf dem Meer rein spaziert. Ich schlafe hier und Papa neben mir. Ich schlafe hier. Und ich hier. Ich schlafe hier und ihr beiden neben mir. Okay, Mami. Und wo schläft der Bob? Der schläft hier im Babywettchen neben mir. Toll! Hallo zusammen. Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hurra, Familie Schmuckköpfchen macht Urlaub im sonnigen Cornwall. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Tschüss. Bis dann. Bis dann. S